Wir heißen immerhin Let's Play Together und deshalb playen wir jetzt mit der wunderbaren Maxi von Hi5. Servus, 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 ich freu mich riesig und ich mach euch fertig. Ah ne, ich mach euch wieder zusammenspiel. Eben, wir spielen nämlich jetzt zusammen und zwar Triforce Heroes. Das ist ein Koop-Spiel für drei Spieler auf dem 3DS und das ist ein Knobelspiel. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Jetzt können wir uns am Anfang hier, können wir uns unsere Klamotten aussuchen. Die haben unterschiedliche Auswirkungen auf das, was ich später mal machen will. Lucky Loungewear, das klingt doch schon ganz putzig. Was macht ihr denn da schon? Grün kriegt schon irgendwie Geld. Du bist zu spät. Jaja, ich muss da erstmal noch... Oh, jetzt hab ich schon einen Pfeil verschossen. Wo ist ein Hüpfen? Wo ist ein Hüpfen? Ah, da ist runterfallen. Alles klar. Also man kann sich zu dritt übereinander stellen oder auch nur zu zweit übereinander stellen und der untere kann dann lenken, der obere kann angreifen und in der Mitte, der macht eigentlich nichts. Also Maxi, du musst mal in die Mitte. Da musst du gar nichts machen. Achso, jetzt schmeiß ich dich wieder runter. Ups. So. Und das ist jetzt der Schlüssel und damit haben wir schon das erste Rätsel gelöst. Ist ja hervorragend. Ah, jetzt bin ich ganz oben. Jetzt bin ich oben drauf und kann dann auch... Ich kann ja nichts machen. Ich kann ja nur steuern. Der Bogen stimmt. Ne, wir müssen uns da aufeinander stellen, sonst funktioniert es ja nicht. Der ist ja drei Stufen größer als wir. So, jetzt. Epsilon. Jawoll. Guckt mal, wie ich das gemacht habe. Da hinten schieße ich auch noch hin. Was? Ja, 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 ja. Warte, ich halte schnell. Herrgott. Achso. Ah, ihr müsst... Du drehst. Du... Ja, so. Jetzt dann. Jetzt dreh dich mal so... Jaaaa. Das war ja leicht. So, ich bin zu faul und so lauf. Ich fall da eh wieder nur runter. Könnt ihr... Ich bleib einfach oben sitzen und ihr lauft. Ja, genau. Ja. Oh, Mensch. Ja, genau. Trag mich drüber. Trag mich drüber. Also es gibt auch natürlich, falls man online miteinander spielt, gibt es dann auch so Emoticons, dass man eben zum Beispiel No und Aua und Steig runter von mir sagen kann. Maxi. Okay. Das wäre vielleicht auch was für dich. Ne, warum denn? Naja, gut. Oh, Boss. Oder was ist das? Kirby. Ja, so treff ich ihn. Doch, jetzt treff ich ihn. Da, guck mal, ich mach ein Blatt. Ohhhh. Und jetzt, gut. Jetzt brauchen wir noch einen. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Lauf weg, lauf weg. Ich hab nur noch ein Herzchen. Welche Büsche? Ja, alle haben dieselbe Energie. Achso, stimmt. Man teilt ja, man teilt Energie. So, ja, ja. Nenn mich doch mit. Jawohl. Jawohl. Jo, Stirb-Fie. Was ist das überhaupt? King-Oktopus. Oh, so nennen sie mich. Jetzt juhu! was muss ich machen, damit er das macht? Den da unten. Achso, ja, 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 ja Ach, das ist der süß da unten tatsächlich. Wir sind ja auch geübt im Umgang miteinander. Das war Zelda Triforce Heroes, ein lustiges Spiel, das ist glaube ich genau sowas, was man auf dem Heimflug von der E3 super im Flieger spielen kann. Vor allem zusammen halt auch. Und man kann auch schön rumschreien. Eine Sitzreihe, da kann man sich auch immer gegenseitig anschreien. Großer Spaß! Großer Spaß! Tschüss! Ciao!